malzeit freunde willkommen zurück bei fortnite und den blog wieder aufbau aufträgen dieses mal stimmen mit barren für ein bauprojekt bei blog ab das heißt wir landen bei tilted gehen dahin und müssen mit unseren hauptverdienten barren abstimmen wir müssen 900 barren ausgeben für die erste herausforderung für beziehungsweise für die erste stufe die erste phase und ich zeige euch jetzt natürlich wie das ganze auszusehen hat so freunde ich stehe jetzt hier in century und hier haben wir so eine super tolle spenden tafel da können wir einfach angehen also es muss sich in tilted sein sondern es ist egal wo was machen und hier können wir jetzt abstimmen für das was wir wollen und können jetzt mit auch nicht auswählen okay was haben wir denn hier und pizza pizza fantastisch viermal mittler doch wenn dann das und das ganze was weit 900 mal machen also wir müssen 900 baren spenden nicht nur noch mal sondern 900 baren spenden natürlich nicht darauf geachtet wie viel ich jetzt habe ich schwindet habe ach so ich hab die aufgabe fertig oben links perfekt freunde ja gut wir kriegen übrigens dafür auch schildtränke freunde ohne ende und in diesem so freunde ihr wisst bescheid macht's gut bis zum nächsten mal